Servus Leute, zurück zu Portal 2 im Koop-Modus mit LeFirnLP und dem Buji Games. Wir haben hier die letzte Stage, oder wie es scheint, aber ich glaube nicht, dass es das letzte ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Roboter, Roboter! I'm different? Doch nicht. Oh. Ich muss Menschen beschützen. Hast du auf den Knopf gedrückt? Eigentlich nicht. Schade. Whatever. Ich wollte ihn nehmen. Ah, kannst du jetzt mal den Knopf drücken? Äh, ja, und dann? Achso, da ist noch... Oh, ich glaube, du musst jetzt, jetzt wirst du da hinten schießen. Guck mal, da wo das Orange jetzt hin ist, hinter dir oben, ist auch eine weiße Plattform. Hinter mir? Über der Tür, über dem Eingang. Da haben wir es nämlich sogar schon geschafft. Das kenne ich auch schon. Ach, LeFan spoilert hier alles. Ja, wenn man in Single Player spielt. Einfach nur geradeaus laufen. Du hübst ihn hier automatisch. Ausgezeichnet. Er hat schon. Voll ins Knie. Hier ist ein Ding, um ein Portal schießen können. Hier auch. Das hat auf jeden Fall Sinn. Ach, da hinten. Was auch immer du da oben jetzt machst. Tschü-Rodibo. Boing. Ah, ich muss mal runterfallen. Äh, da weiß ich schon, was du mal bleib mal da oben. Guck mal, ich schieße hier und ich schieße hier und dann kannst du da runterfallen und kommst da irgendwie geflogen. Ah, da hinten. Na ja, ob du das triffst? Tatsächlich. Tja. Genius. Du kannst jetzt dasselbe machen. Stimmt. Einfach wieder durch meine Portale zurück. Ja, das war ja nicht so schwierig. Ich sag erstmal, ob ich das jetzt treffe. Ja. Boing. Okay, das war Wahnsinn. Ah, aber es geht noch weiter. Eine riesige Kurve. Roboter? Wird denn das Tor da hinten geht am Ende aus? Roboter? Ich möchte Roboter. Okay. Hm, hier kommen wir noch nicht durch. Ja, ich glaub das ist jetzt wirklich das letzte Schwere. Da hinten geht es nämlich noch ganz schön... Alter geht das hinten noch weit. Er kommt da noch nicht hin. Nach oben. Alles klar. Auch. Jetzt auch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ups. Hm. Hm. Ah. Die Frage ist nur, wo müssen wir dann hin? Ah, ich weiß wie. Wie ist das mal... Das hält... Oder warte ich mach's eben selbst. Nein! Ich muss mir Anlauf nehmen. Nein! Der Anlauf wird schon viel zu weit hier vorne auf. Das ist ein bisschen blöd. Dann wird er sofort langsamer. Ich hab meinen Kopf schon oben dran gestoßen. Warte. Du hast ein Problem. Du bist langsam. Ähm. Ich hab ne Idee. Wo ist der Knopf? Da. Machen wir es einfach so. Kannst du vielleicht dein eines Portal jetzt hier unten dran schießen? Das eine hier und das andere hier. Ja. Oder so. Ich fürchte krass gegen die Decke, oder? Nein. Reicht nicht. Nee. Von der Höhe nicht. Das müssen wir noch mehr Anlauf nehmen, oder was? Ach, Moment. Hm. Ich muss nur treffen. Run, 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 run. Oh, nee. Okay. Ähm. Wenn wir hier noch ein bisschen was hin machen. Guck mal, hier werden wir ja abgebremst, weil hier ist noch kein Orangenes. Wenn ich das jetzt so mache und du schießt durch das, machst deinen Hellblaus noch hier hin, auf der auf diesen Geschwindigkeit. Das funktioniert. Okay. Das funktioniert. Und jetzt funktioniert auch vielleicht deine Idee. Okay. Also von der Höhe reicht's, oder? Nee. Okay. Vielleicht... Vielleicht? Ach, verflucht, ach. Ich hab's. Warte. Ich muss überlegen. Ich muss überlegen. Blau. Dunkelblau. Wupp. Ach, hat's da oben. Ah. Da oben gab's ne Fläche. Okay. Bah. Da hin. Okay. Ach, du Heilige. Wir müssen irgendwie da rüber kommen. Wo rüber? Na, brauchen wir jetzt aber, glaub ich, noch nicht. Was passiert denn, wenn ich da hin, drüber gehe? Hier ist ja... Irgendwie... Wasser. Ich glaube... Was mach ich hier jetzt mit dem Laser? Äh... Warum kann ich's mit Laser machen? Hier ist noch ein Problem. Kannst du da unten mal einen Knopf drücken? Knopf welchen wo? Was wo? Oder... Da unten, wo die Farbe rauskommt, weil hier kann man noch Farbe hinmachen. Und dann auch noch Farbe rauskommt, das ist ja alles vollklecksen. Incoming. Okay. Ah, hier ist noch ein Knopf. Ah, okay. Da kam jetzt ein Würfel rausgefallen. Ah, cool. Das stimmt ja, die Würfel, die kann man ja einfärben. Dass die... Einschleimen. Genau. Denn rutschen die. Der ist nämlich eben hier runtergerutscht. Jetzt haben wir den Würfel. War das jetzt ein ganz normaler Würfel oder ein... Das war ein ganz normaler Würfel, nur mit roter Farbe. Ich frage jetzt, was brauchen wir denn hier irgendwo? Was ist da hinten? Ein Laser. Äh, schau mal was er gerade gemacht hat. Irgend... Ja, ja, der rutscht. Achso. Ach, du meinst... Ja, okay. Ja, der würde runterrutschen, das stimmt, aber... Ich weiß nicht... Warte mal, halt, unterbrech den Strahl nochmal. Ich hab da so ne Vermutung. Ah, ja, okay. Okay, ich hab's verstanden. Hier ist nur ne Plattform hochgegangen. Jetzt machen wir den zweiten Strahl. Dann geht aber der erste aus. Ja, das ist egal. Der erste ist nicht ausgegangen. Also ich mein, dann geht er wieder an. Doch, jetzt ist er ausgegangen. Äh, jetzt mal den dritten. Okay, wir müssen ja gleichzeitig sein. Das könnte kompliziert werden. Ich hab die Idee! Oh, komm mal her. Warte mal. Mitte Würfel? Also ich hätte jetzt gesagt, der soll einfach runterrutschen und ich muss da durch. Warte mal auf. Genau, genau. Komm mal her. Also, du lässt den Würfel die Schräge runterrutschen. Dann gehen nach und nach zur Plattform hier hoch. Ja, das hab ich mir schon irgendwie gedacht. Genau. Dann mach ich mal. Wir müssen möglichst schnell hier hinten hin kommen. Würfel rutscht. So, dann solltest ihn weiter oben. Weiter oben, okay. Jetzt... Drücken. Du hast jetzt geschafft. Hört sich so an. Ach, guck mal da hinten ist was aufgegangen. Okay, jetzt ist das hier hinten aufgegangen. Jetzt brauchen wir nur noch blaue Farbe. Ja, blaue Farbe ist schon mal hier hinten. Upp. Ah, Freunde! Dort oben sind Freunde! Okay. Kann ich hier oben... Kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich weiß, dass man da durchhüpfen muss, aber... So viele Laser... Na ja, probiert es einfach mal. Na ja, probiert es einfach mal. Wie schnell warst du tot? Hört auf damit! Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Ja, klar. Das machst du doch selbst, wenn es so einfach ist. Genau. Guck mal, hier hinten ist noch ein... Ah! Ah! Ich hab hier ne Idee. Mhm. Hier ist ein Strahl. Wenn ich das jetzt so mache, kannst du vielleicht dein... die eine Portal da oben, das andere, dass die Farbe in den Strahl reingeht? Das geht so schon direkt, okay. Was macht denn das jetzt da hinten? Ach, da musst du in der Zeit... Mh! Und über den, über den, über den, über den Schießdingern, über den Türmen ist auch nochmal so an, dann musst du am Ende, am Ende des Ganges... Nee, warte. Am Ende von diesem Strahl zur Beschnauze was, wo du ein Portal machen kannst. Nee. Okay. Aber ja, hier muss ich irgendwas hinmachen. Was für mal hier? Warum ist da ein Loch? Mh, warte. Man kann... Was hab ich... Ach! Guck mal! Ah! Okay. Dann musst du aber nochmal kurz zurückkommen und... Hier ist die Farbe. Genau. Dann drücke ich den Knopf. Noch nicht. Das war zu früh. Ich bin so ungeduldig. Ich kann dir ja sagen, wann. Ach! Jetzt... Beim Zurückschauen bin ich jetzt gegen den Strahl gekommen. Oder die Wand. So... Mh... Jetzt. Dann muss ich meinen Portal gleich woanders hin schießen. Entweder das oder ich mach... Oder so. Ja! Geil! Sind alle da reingesungen. Und jetzt können wir eigentlich... Da durchhüpfen. Nein! 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 Ich liebe es wieder. Komm, ich helf dir. Och, geht. Mach mal dann. Viel Spaß beim Hüpfen. Mach mal den Strahl weg. Damit er runterfällt. Ist nicht egal. Ja! Der schießt mir zu wild. Wow! Der gleitet dort unten voll ab. Wow! Ah! Jetzt ist er explodiert. Jetzt nicht mehr. Ja! Ja, was gibt es denn da hinten so? Eine weiße Plattform. Okay. Oder... noch viel mehr. Ein Knopf, wo ich mich drauf stellen kann. Ist das nicht herrlich? Der bewirkt bestimmt... Dass ich dort oben... Weiß machen kann. Okay. Guck mal, du kannst du... Ich hab ne Idee. Vielleicht. Kannst du da oben drüber schießen? Über diese Wand? Ja, kannst du. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen. Ich muss grad... Wohin sollen das eigentlich? Das ist für mich die Frage. Hm. Ja, was müssen wir da oben überhaupt machen? Mach mal hier blaue Farbe da rein. Schaden tut's nicht. Okay. Ach, das geht grad nicht. Moment. Dann kann ich aber keinen Strahl machen. Wenn ich blaue Farbe da rein mache. Ist egal. Kommt blaue Farbe hier unten an. Warte. Kommt mal, dass wir das nicht so hinbekommen. Schade. Hm. Hier ist auch ne Plattform. Du kannst... Wo die blaue Farbe rauskam? Ne. Über den... Über den Türmen hinter dir. Ne, ne. Hinter dir. Guck mal hinter dir. An der Wand. Genau. Dann kannst du da unten reinspringen. Dann kommst du da oben raus. Mal gucken, wie weit du... Wie weit du fliegst. Ah, komm. Hör auf. Ja, das ist ein bisschen lästig immer. Und... Au. Die kriegen wir irgendwie... Die Pfeile zeigen zwar da hoch, aber ich weiß nicht was du da... Da oben noch ne Plattform. Ach, ich sehe was da ist. Dann muss ich vermutlich. Hm, wie komm ich dorthin? Ah, ich weiß. Nein. Dann musst du auch irgendwie auf die Seite kommen. Ja, ich kann hier einfach durchgehen. Das ist ja kein Problem, wenn wir da hochkommen. Ja, dann komm mal hoch. Oder hier. Irgendwie. Ah ja, stimmt. Hui. Boah. So, was muss ich machen? Auf den... Pfeil... Äh, auf den... Button drauf. Okay. Ah. Okay. Joiing. Verstehe. Joiing. Oh. Hat nicht so geholfen. Ah. Moment. Hm. Ne. Ah, Moment. Ja. Was ist da oben überhaupt? Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es da weitergeht. Ah, Moment. Wo bist du denn letzt... Ah, okay. So. Vielleicht brauchen wir doch den Strahl irgendwo hin. Ne. Das bringt nichts. Das bringt absolut gar nichts. Gar nichts. Gar nichts bringt das. So. Ah. Ach, da oben. Ah, jetzt sehe ich das erst. Meinst du, wir können irgendwie das Beschleunigungsding hier hinbekommen? Was glaube ich auch... Na, aber wie? Ist der Anlauf zu kurz oder woran oder was? Boah, weißt du was? Ich habe die Idee. Vielleicht funktioniert... Ah, ne. Funktioniert das? Ne, das funktioniert glaube ich nicht. Wenn man hier oben rausgeht und dann da runterfällt, dann hat man noch genügend Schwung. Zu starken Schwung, glaube ich. Aber ja. Weil ich glaube, das schafft man wegen der Wand nicht. Boing. 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 Okay, da soll ich nicht so viel Schwung nehmen. Wenn ich mich jetzt hier unten hinstelle. Nein. Wow. Welchen Schwung hat man da eigentlich? Wenn ich mich jetzt hier unten hinstelle, ohne zu hüpfen. Wenn ich dann hier durchgehe. Ah, okay. Jetzt funktioniert es. Probieren wir es. Hehehe. Obwohl das wahrscheinlich eigentlich nicht so gewollt sein soll. Hm. Ne. Das ist zu klein. Kann das sein? Das ist zu niedrig. Höher bekommt man das ja nicht. Das ist jetzt die Frage. Aber hier müssen wir ja richtig sein. Das war glaube ich nicht so richtig. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Eigentlich nein. Ich will einfach mal... Wieso hüpfe ich denn hier so hoch immer? Da brauchen wir blaue Farbe. Blaue Farbe. Oh. Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Okay. So. Drücken auf hier. Das bringt glaube ich nichts mehr. Aber was ist da? Ähm. Ich habe die Lösung glaube ich gefunden. Juhu. Ja. Kannst du auf den Schalter drauf gehen? Erflug. Das konnte man das machen. Ja konnte man da hinten durch. Kannst du auf den roten Knopf drauf gehen? Auf den roten Knopf. Woppa. Genius Laphil. Schlägt zurück. Ich will drüben. Ja das ist aber auch, wenn man manchmal was übersieht, dann ist das immer irgendwie ein komisch. Ja. Hier ist ein Knopf. Den kann ich drücken. Was passiert wenn ich den Knopf drücke? Da kommt blaue Farbe. Okay. Dann würde ich sagen wir haben es geschafft. Juhu. Das dauert mehr zu lang. Fast geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Oho. Ihre herrische Stimme. Meinst du das Tor ist doch gar nicht offen? Doch. Hier unten. Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Auf dir aber leider nicht. Tja. Sind wir hier. Hört die Kamera zum Schloss. Kann sie auch nicht ausschießen. Versucht es. Ausschießen? Was versuchen? Nicht aufgeben. Was können wir denn von hier erreichen? Ich mache noch gar nichts. Was ist mit der Kamera? Tja. Klaros. Keine Ahnung. Die ist gelb. Der Mechanismus erkennt, dass ihr keine Menschen seid. Ja das ist ja toll. Dann. Das ist ein Film vom Portal. Ja es ist. Hallo. Ah. Du musst auch was machen. Ach ich muss dir was vormachen. Ah. Schlau. Tanzen wir einfach ein bisschen. Geschafft. Oh. Vollmenschlich. Aber. Scheint zu funktionieren. Video. Das kann da bestimmt wo Wasser raus oder so. Nein. Das Tor geht auf. Und dahinter ist ein Gigant. Volles riesige Tor. Das fällt jetzt um und an und auf uns drauf. Nein. Was ist dahinter? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja wer kleiner ist kann drunter hergucken. Ja. Auf geht's. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Die Menschen. Das Testen hat sich gelohnt. Die hört sich jetzt voll anders an. All diese Testsubjekte. Wow. So viele Tests. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Juhu. Yeah. Party time. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Was? Es gibt noch mehr zu tun? Oh. Oh. Verflucht. Nun zur Wissenschaft. Die Wissenschaft ruft. Haha. Und was passiert jetzt? Das ist die Frage. Ich höre schon irgendeinen Ton. Nein. Näh. Näh. Rett. Rett der Wissenschaft. Ja. Jetzt werden die alle gescannt. Die Akten ein. Kein Teamplayer. Sehr geil. Mhm. Ich kann mich gar nicht umsehen. Soziale Inkompetenz. Ist undiszipliniert. Das ist geil, wie immer ein Roboter dabei ist. Ja. Also gehen wir jetzt noch bis Z durch. Du teilst nie. Schläft nur. Da war grad ein P-Button. Okay. Turm. Meint das sind die Entwickler? Das klingt cool. Das sind so ne Art Credits. Jaja. Das ist eigentlich... Dann nehmen wir noch so... Was die so dazu verbrochen haben. Immer während der Entwicklung bestimmt. Das ist cool gemacht. Wer nicht? Da bin ich. Oh. Da ist so ein Turm mit so einem Würfel verbunden. Ja, die gibt es auch in der Kampagne. Jaja. Habe ich schon gesehen. Den bin ich schon begegnet. Oh, das sind ja einige Namen. Drei komische Cubes? Warte. Kröptisch. Immer zu spät. Das sind aber einige Credits. Die ganzen... Ja, Credits sind ja meistens mächtig. Oh. B-Buddy. Was machst du da? Die haben uns aber nach Vornamen sortiert. Ja, stimmt. Personal wird gescannt, steht da. Lese ich. Unten links siehst du auch... Ja, ja, genau. Habe ich gerade auch gemerkt. Wobei... Future Deep Sea... Was? Nuklearingenieur. Irgendwas mit Zahnarzt habe ich gerade auch gelesen. Dentist. Astronaut. Meteorologe. Flöso. Ich glaube doch nicht, dass es die richtigen Credits sind. Mal gucken, was passiert, wenn wir durch sind. Wir sind ja schon bei K angekommen. Liebt Schadenfreude. P-Buddy. Kein Selbstvertrauen. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun sie alle. Irgendwie schon. Deswegen immer einen Puffer dazu rechnen. Das macht man... Aber das macht man meistens irgendwie die Arbeit in Arbeitsumfang unterschätzen. Deswegen heißt es immer auf Arbeit einen Puffer dazu. Analfabet. Mhm. Da war eine Drohne. Ich möchte sie haben. Ich möchte sie lieben. Ich möchte sie rumtragen, dass sie alle abschießt. Betrüger. Ja. Da hast du schon... Dein Kommentar zu deinem... Hautessen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Hahahaha. What? Hahahaha. Perfektionist. Wo liegt das Problem? Na Verklar, das ist kein Problem. Du wirst Lacher. Das ist... Das ist... Das ist gar nicht so trivial. Gibt's immer mal welche? Ja, ich bin's schön. Überzieht Mittagspause. Und? Da waren noch eingepackte Türme. Ignoriert aktuelle Aufgaben. Nicht mehr lange. Ach, so viele Testsubjekte. Das wäre doch Portal 3 möglich. Portal 3 mit denen. Oh yeah. So viele Testsubjekte. Ich bin schon bei W angekommen. Y. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Gut. Die Voices. Ach, jetzt kommen die Synchron-Sprecher. Ey, das kommentiert die aber nicht mehr. Die Bradley Baker. Wahrscheinlich die Synchronisation. Haben wir irgendwas gesagt? Ja, wir haben uns die ganze Zeit so komischen Geräusche gemacht. Oh, da ist der Hauptprotokollist aus der Kampagne gewesen. Ja, das ist nicht eine Frau. Bei mir ist das eine Frau. Gab's schon, ich hab irgendwas falsch gemacht. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ja. Special thanks. Oh, special thanks. Alienware, okay. Na, wenn Alienware, dann natürlich auch Dell. Ja gut, du musst überlegen wann die das gemacht haben. Ja, ja, ne, weil Alienware ist ja eine Tochterfirma oder sowas von Dell. War das schon damals? Ist das eine Tochterfirma oder die wurden einfach aufgekauft? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch schon. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall jetzt nicht zu Dell gehört. In diesem Enrichment Center. Aktivität. Konfetti! Schön. Wuhu! Was passiert jetzt? Wir sind jetzt wieder im Hut. Wahrscheinlich. Und können unsere Statistiken anschauen. Stimmt. Ja, dass ich mehr gelaufen bin, ist ja eh klar. Willkommen zurück in Sintrum. Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Test nun zu ihrem Vergnügen absolvieren. Zu meinem Vergnügen? Okay. Was ist mit? Guck mal hier. Ich hab 3000 Schritte mehr gemacht. Weil du immer hier, komischerweise, rumheierst. Immer so, immer so. Hui, Hui, Hui. Kommen noch ein paar dazu. Platzierte Portahalle. Umarmung. Oh. Erst mal auf. Ah, es geht. Durch... Durchschrittene Portahalle 995. Okay. Wie, 23 Katastrophen abgewehrt. Wie ist das gemeint? Ja, wahrscheinlich, wenn du irgendwie runtergefallen bist, irgendwie noch gerettet oder so. Meinst du? Keine Ahnung. Weißt du, was auch noch ein Achievement bringt? Wenn ich jetzt eine Geste mache und du unter mir ein Portal schießt, glaube ich. Das war doch wohl ein Wetz. Jetzt ist mir klar, dass wir wieder zurück. Tatsächlich. Ja, dann mach mal. Moment. Hatten wir das nicht schon? Also ich weiß nicht, weil das... Weil... Das war mit der Brücke, was wir schon hatten. Achso. Reingefallen. Ich weiß nicht ob... Ah, dann warte. Wo ist die jetzt doch? Dass die Remontageeinheit euch ununterbrochen zur Verfügung steht. Sie ist nicht euer Sklave. Okay, dann... Reingefallen. Und nochmal zum Schluss ein Achievement geholt. Wunderbar. Genau. Okay, YouTube. Das war der Coop-Modus von Portal 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Von Peabody und Atlas. Ciao. Tschüss.